Sura 87 Al-Ala, der Allerhöchste Offenbart zu Mekka, 19 Ayat Bismillahirrahmanirrahim Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen Preise den Namen deines Allerhöchsten Herrn, der erschaffen und geformt hat, der vorher bestimmt und leitet, der die Weide hervorbringt und sie zu versenkter Spreu macht. Wir werden dir den Koran verlesen lassen und du sollst ihn nicht vergessen. Es sei denn, was Allah will, denn er kennt das Offenkundige und das Verborgene. Und wir werden es dir zum Heil leicht machen. So ermahne, wo die Ermahnung nützt. Mahnen lassen wird sich derjenige, der gottesfürchtig ist. Ermahnung meiden wird der Unselige, der im größten Feuer brennt, und in ihm wird er weder sterben noch leben. Erfolgreich ist wahrlich derjenige, der sich reinhält und des Namen seines Herrn gedenkt und als dann betet. Doch ihr zieht das irdische Leben vor, wo doch das Jenseits besser und dauerhafter ist. Dies stand wahrlich in den ersten Schriften, den Schriften Abrahams und Moses. Und das ist ein Schriften Abrahams und der Schriften Abrahams und der Schriften Abrahams.